Disney Junior zeigt euch jetzt eine kleine Geschichte mit Mickey und die blinken Flitzer. Es ist das Finale der Hotdog-Hausenspiele und Donald ist ins Schleudern geraten. Hey Donald, übst du immer noch für das Radkappen-Diskuswerfen? Kommst du voran? Geht nicht! So, so! Ich kann dir helfen. Er schwebt ja. Naja, mit etwas Hilfe von einem Freund. Was soll das, Du? Es geht darum, in Salami-Balance zu sein. So wie es Jogi Biegel uns gelehrt hat. Seht her und lernt von ihm. Riecht die Salami. Schmeckt die Salami. Und seid in Salami-Balance. Er redet von Achtsamkeit. Es geht darum, auf das zu achten, was im Hier und Jetzt passiert. Direkt vor deiner Nase. Das hilft dir, dich zu konzentrieren und zu fokussieren. Und an eine Salami zu denken, hilft dir nur das zu tun. Ich kann dir zeigen, wie, Donald. Siehst du, Federvieh? Nimm's nicht so schwer, wenn du verlierst. Ja, ha, ha, ha! Los, Babyfreak! Ja! Ja, 100 Meter! Tja, ha, ha, ha! Ich setz dir, Taddo! Ich setz dir! Was? Bleib ganz ruhig. Konzentrier dich auf den Diskus. Er ist rund. Genauso rund wie... Salami! Du sagst es! Sei die Salami! Sei die Salami! Sei die Salami! Oh, Mist! Geschlagen vom Quaker und dem Salami-Quatsch! Sei die Salami! Sei die Salami! Donald, komm wieder zu dir! Hä? Was ist passiert? Wo bin ich? Im Gewinner-Kollis! Du hast die Flitzerspiele gewonnen! Danke, Du-Du-Du-Fee! Zurzeit bin ich immer die Salami! Haha! Weißt du, was noch besser ist, als die Salami zu sein? Die Salami zu essen! Plap, 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 plap! Dank einem guten Tipp von Guru Goofy hat Donald die Goldmedaille gewonnen! Noch mehr Geschichten mit Micky und die Flicken-Flitzer geht's auf Disney Junior! Like habsinfemplar! Und wie ich schon beim Training um便hen? Icholufe Bluegut! Das-Einig werden weiß ich nur da. Das-Einig mods slit auf den WegumesRecониalt. Vielen Dank.